Also ich finde, das größte Problem ist die Kommunikation nach wie vor. Wir haben zwei verschiedene Arten von Pick'n'Roll mit dem Vierer und mit dem Fünfer. Und wenn wir da nicht ganz laut sind, dann weiß der gar nicht, was da passiert. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass wir noch nicht ganz wissen, was wir da eigentlich wollen in dieser Situation oder wie wir jetzt machen wollen, wie der Rest sich da letztendlich formiert. Und da wollen wir ein bisschen besser werden heute Morgen. Gut, 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 komm Yoshi, komm Yoshi, weiter, 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 Box! Also sowieso ist Danilo der schlaueste Spieler, den wir haben und er stellt sich tief. Danilo, geh durch, geh durch, geh durch, gut, 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 weiter, 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 gut so. Das ist deine Hilfe, Nils, ja weiter, redet miteinander. Okay, zwei auf einen. Einer muss von euch kommunizieren. Nochmal, die Regeln, die wir haben, die sollen...